Hallo, ich bin Julian Waig, er geht straight durch. Ich bin jetzt der Fußballer hinter mir. Yo Leute, was geht ab? Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, BoominTV ist am Start. Wir fahren jetzt zu der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar hier, auch am Start, Berkant, ein richtig guter Kollege. Haben uns heute zum ersten Mal gesehen. Und ja Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Yo Leute, was geht auf jeden Fall? Wir sind jetzt hier bei der Trainingsstätte da in der Nähe, wo ich auch wohne. In der Nähe von Dortmund. Oh shit, Alter, ich bin das gerade nicht auf, man. Oh shit, Leute, wir zocken gerade hier. Unterschriftenball. Spiel. Fuck das Auto. Oh, Glück gehabt, Jungs. Das ist Weidenfeller das Auto. Das ist Weidenfeller das Auto. Das hier? Ja, das ist Weidenfeller das Auto. Oder das, der Gelände. Das da. Der Gelände. Der Gelände. Die Gelände. Tschüss. Leute, auf jeden Fall, die waren schon gestern hier. Das ist von Weidenfeller das Auto. Hier Leute, Türkei. Muss man auf jeden Fall, wenn ich die gleich sehe, Leute, melde ich mich auf jeden Fall wieder. Und gerade chillen. Bisschen Kicken. Super Dry Pulli an. Ihr wisst Bescheid. Komm, ich mach's jetzt. Das ist schon okay. Da war doch kein. Warte, Bruder. Ich mach's jetzt. Wo ist Ter Stegen vorbeigegangen? Oben? Da, Treppenhaus. Mittlere Seite. Da war kein. Erstes von unten. Da war. Auf jeden Fall, da oben ist... Also die... Oh, da ist Ter Stegen, Leute. Da hinten ist Ter Stegen. Kann man zoomen? Ey, der ist echt da vorbeigegangen. Nein, Mann, der ist da. Ach so, Dings. Ich glaub, wir kommen da jetzt rein, Leute. Ich würd sagen, wir filmen gleich weiter. Jo, Leute, wir haben auf jeden Fall den Julian hier. Sag mal Hallo. Hallo. Ich bin Julian Weigl. Grüße. Grüße gehen raus. Und... Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Spieler. Tschüss. Er geht zweit durch. Jo, Leute, auf jeden Fall. Hier kommen jetzt die Fußballer. Hinter mir. Mal gucken, wer gekommen ist. Ja, mit der Dimmel. Auch hier. Ja? Leute, da. Mercedes-Benz. Wie man sieht. Der Torwart von gestern. Ich steig jetzt da aus. Und mal gucken, wer da gleich kommt. Ja, Leute. Was geht auf jeden Fall? Wir haben gerade Mesut Öse gesehen. Kannst ja die Bilder später einschneiden. Ja, machen wir. Schaut auch auf Instagram vorbei. Hier, Mesuts Unterschrift. Morgen, alle. Hast du auch? Ja, ich hab... Ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Foltergrüfer. Alle. GKZ-Berkan. GKZ-Berkan. Jetzt unten verlinkt. Und ja, Leute... Schaut doch mal auf Trap Nation. Trap Nation. Trap Nation. Er ist Dings, Leute. Er ist Mitglied bei Trap Nation. Ja. Und... Ja. Er macht auch die ganze Musik da. Also hilft dabei mit. Zieht euch auf jeden Fall hier. Türkei. Fahne. Da ist einfach Mesuts Unterschrift. Ja. Und wir konnten leider kein Video machen. Weil er schnell rein musste. Er war schon spät. Hab ich euch nicht gesagt, der kommt in meinem Boot rein. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ciao.